Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem eurer Lieblingsformate, wir bestellen bei. Ja, es geht fleißig weiter, denn ich brauche schon wieder was, beziehungsweise immer noch für das gleiche Projekt. Und zwar bestellen wir heute beim Tabletopper.nl Ja, wer dieses Format noch nicht kennt, wir machen das aus privaten Zwecken, um euch zu zeigen oder beziehungsweise um euch ein bisschen die Angst zu nehmen, bei verschiedenen Shops zu bestellen. Ja, Angst bei Shopbestellung. Ja, tatsächlich gibt es die ein oder andere Aussage, die wir immer mal lesen können, auch auf Facebook oder auch uns angeschrieben, dass uns Leute anschreiben und sagen, Mensch, habt ihr schon mal dort und dort bestellt, wie sind eure Erfahrungen damit? Ich bin mir nicht so sicher, ich traue mich nicht so richtig. Genau das haben wir, ja, greifen wir einfach in diesem Format auf, bestellen bei verschiedenen Shops. Wir werden hier von niemandem bezahlt, wir kriegen die Ware nicht umsonst. Nein, das bezahlen wir alles aus eigener Tasche, weil wir es für private Projekte oder auch für das Studio zum Beispiel benötigen. Und da haben wir gesagt, okay, wir bestellen viel im Ausland und wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit. Und ihr könnt uns so ein bisschen begleiten beim Bestellvorgang. Wir bewerten das Ganze mit einem Bewertungssystem aus fünf Kategorien. Das ist ganz, ja, das ist unsere persönliche Meinung und das dient jetzt nicht zum, ich sage es immer wieder gerne, wir sind keine Stiftung Warentest und betreiben keine heftige Recherche, sondern wir machen das aus privaten Stücken und deswegen haben wir uns fünf Kategorien ausgesucht. Aufmachung und Bedienbarkeit, Sortiment und Preisgestaltung, den Bestellvorgang, Status und Lieferzeit und wie kommt das Paket bei uns an. Das sind unsere fünf Kategorien. Wir können maximal fünf Sterne vergeben. Deswegen, ich bin heute leider alleine, Thomas ist leider nicht dabei, aber ich bestelle heute beim Tabletopper.nl. Warum beim Tabletopper.nl? Was ist da so besonders? Das zeige ich euch. So, hier sind wir auch schon beim Tabletopper.nl. Ja, NL steht für Niederlande, das heißt, wir haben hier einen Shop aus Holland. So, warum bestelle ich den jetzt in Holland? Ja, das ist ganz einfach, denn ich möchte mal schauen, wie man den englischen Markt umgehen kann. Denn wir haben natürlich das Problem mit Zoll und so weiter. Ihr wisst es, Brexit und auch das Big C und so weiter. Und ich brauche tatsächlich was von Empress Miniatures. Und das kriege ich nämlich beim Tabletopper.nl. So, aber wir gucken uns erstmal die Seite an, Aufmachung und Bedienbarkeit. Ich habe das vorher auch schon wieder getestet. Wir haben ein responsives Design, das heißt, es funktioniert auch auf dem Smartphone. Und gucken wir einfach mal, hier oben läuft auch schon so ein Laufband. Über 3.500 Produkte, 65 Euro innerhalb Niederlande gratis versand. Und das da oben kriege ich jetzt nicht aktualisiert, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, wir haben ein kleines Logo. Wir haben hier ein Suchfeld, eine Suchfunktion. Mal gucken, wenn ich jetzt mal eingebe, Flames of War. Ja, es wird mir direkt angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier weitersuchen würde, Flames of War, German. Ja, es wird mir direkt angezeigt. Und ich kann hier noch alle weiteren Ergebnisse, 55, mehr anzeigen lassen. Also, Suche funktioniert tipptopp. Wir haben hier oben ein kleines Warenkorbs-Symbol. Wir haben hier automatisch auf Euro umgestellt. Natürlich, wir sind auch in den Niederlanden und nicht komplett im Ausland. Wir haben hier oben einen kleinen Anmelde-Button. Wir haben hier noch Button Startseite, Brands, Sale, Pre-Orders und Events. So, wir scrollen mal ein bisschen runter. Hier mal ein bisschen Kill Team, Black Powder. Okay, warum geht die Suche hier? Muss ich das hier schließen? Ja, okay. Wir haben hier Black Powder, Kill Team, Flames of War, Team Yankee, Victory Seas, Blood & Plunder, Arena Racks. Das scheinen so die Hauptgeschichten zu sein. So, entdecken Sie unsere Produkte neu in unserem Shop, unsere Empfehlungen und beliebt. Hier haben wir Battle Group Stalingrad, ist ein Pre-Order, Ghost Panzer Command Cards, ein bisschen Flames of War Stuff. Unsere Marken, hier haben wir nochmal welche Marken verkauft. Also, es handelt sich nicht um einen Herstellershop, sondern es ist ein Online-Händler, der viele verschiedene Sachen im Angebot hat. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt dann in das Sortiment. Wir haben hier noch E-Mail-Adresse für Newsletter, hier haben wir Kontaktadresse in Reduzum. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Hier haben wir noch einen Link zur Facebook-Seite. Hier haben wir Bewertungen und hier sind noch allerhand Informationen. So, wir gehen aber mal direkt Brands und hier sehen wir Age of Sigmar, Black Seas, Board Games and Books, Epic Battles, American Civil War, Infinity, Rubicon, Victory at Sea, Team Yankee, Ammo, Blitzkrieg, Miniatures, Bolt Action, Flames of War, Kraken Playmats, Saga, War Games Atlantic, Arena Racks, Blood & Plunder, Dystopian Wars, Games Workshop. Oak & Iron, Sturcy Zeros, Warmer 40k, Black Powder, Blood & Veiler, Empress, Games Workshop, Specialist Games, Parry Miniatures, Vallejo Paints und World of Tanks. Also, wir sehen, er ist ein bisschen beschränkt in der Produktpalette. Ich denke mal, er wird Bock auf historischen Kram haben, sonst hätte er nicht so viele Sachen drin. Bolt Action, Flames of War, Sturcy Zeros, Blitzkrieg Miniatures, Empress auf jeden Fall, Team Yankee, Flames of War, hatte ich glaube ich schon gesagt. Also, Parry Miniatures, also er scheint ein historischer Fan zu sein und dann halt so den Standardkram von Warhammer Games Workshop bzw. Games Workshop, Warhammer 40k und Age of Sigmar. Da haben wir noch Vallejo Paint Sets und ansonsten haben wir jetzt keine riesige Auswahl. Das heißt, ich bin jetzt auch nur auf den Shop, weil mein Akku niedrig ist. Da holte ich mir mal fix ein Akku-Ladekabel. So, schnell noch gerettet? Ja, also, er scheint ein Freund von historischen Wargames zu sein und Warhammer 40k. Warum bestelle ich jetzt bei Tabletopper NL? Eigentlich kriege ich fast alles in Deutschland. Bis auf Empress Miniatures, Blood & Plunder, Blood & Veiler, Oak & Iron, kriege ich inzwischen auch bei Fantasy Welt. Stößis Heroes, habe ich in Deutschland auch genug Bezugspunkte, wo ich das kaufen kann. Rubicon auch, Infinity auch, also ich kriege eigentlich alles auch in Deutschland. Arena Rex, bin ich mir nicht so sicher, kenne ich leider gar nicht das Spiel, da weiß ich nicht, wie das ist. Aber auf jeden Fall ist er hier mit Empress Miniatures vertreten. Empress Miniatures kriege ich nur bei Miniaturicum und Miniaturicum hat ein sehr beschränktes Sortiment. Also, da sind viele Sachen auch nicht erhältlich. Von daher werden wir jetzt einfach mal gucken, denn ich brauche was von Empress. So, das heißt, wir fangen mal an. Aufmachung und Bedienbarkeit. Ja, Aufmachung, ja, finde ich jetzt nicht besonders schön, besonders hübsch, weil wir haben hier so diese abgeschnittenen Bilder. Hm, da würde ich es schöner finden, wenn da so ein Rahmen drumherum wäre vielleicht. Das Ganze ein bisschen, das ist alles so eine Matsche irgendwie. Hm, kleines Logo. Ja, gut, kann man machen. Äh, also so von der Aufmachung, vom Design finde ich es jetzt nicht so mega ansprechend, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein. Klar, wir haben hier noch so ein paar dicke Logos und ja, es ist okay, aber ist jetzt nicht der Vollkracher. Ja, von daher würde ich da jetzt erstmal sagen, für die Aufmachung, Bedienbarkeit, also Aufmachung würde ich drei Sterne geben. Bedienbarkeit ist voll okay. Sagen wir mal, für Aufmachung und Bedienbarkeit 3,5 Sterne. So, Sortiment und Preisgestaltung. Ja, wir haben natürlich eine sehr beschränkte Produktpalette. Ähm, der historische Wargamer im BB2-Bereich wird hier auf jeden Fall fündig werden, definitiv. Ähm, kriegt aber auch nicht alles. Ne? Ähm, wir können mal kurz bei Rubicon reingucken, mal gucken, wie viele Seiten er hier hat. Äh, okay, da sind über sechs Seiten, das scheint dann schon Vollsortiment zu sein. Das ist dann schon ganz okay. Ähm, wir gucken nochmal kurz bei Warlord Games, bei Bolt Action rein. Hier haben wir 608 Artikel. Das ist auch schon ganz schön viel. Ammo haben wir 18 Artikel. Black Powder, 42. Blitzkrieg haben wir allerdings wieder 365. Das scheint dann auch die gesamte Produktpalette zu sein. Empress zum Beispiel, ne? 575 Artikel. Flames of War, 297 Artikel. Infinity, 429 Artikel. Ja, ich, ich, äh, gehe mal davon aus, dass das so ein Liebhaber-Shop ist. Oder beziehungsweise ein Shop ist, der sich aus Liebhaberei entstanden hat. Man kann hier genau sehen, was hier der Shop-Betreiber gerne zockt. Das ist Infinity. Das ist, äh, WB2-Systeme. Ähm, sicherlich spielt er auch ganz gerne mal Age of Sigmar oder Warmer 40k. Und, ähm, Blatt & Plunder findet er irgendwie auch ganz interessant. Dazu so ein paar Farben. Was haben wir bei Balejo Paints? Äh, haben wir 11. 11 Produkte. Also wir haben hier überhaupt gar kein Zubehör. So, das heißt also, Sortiment und Preisgestaltung ist hier jetzt nicht so geil gegeben. Wir haben hier nur so ein paar exklusive Sachen. Vollsortiment, Rubicon, äh, Empress-Minagers natürlich und Blitzkrieg-Minagers natürlich. Von daher würde ich jetzt Sortiment und Preisgestaltung ebenfalls... Na, ich bin bei Preisgestaltung ist okay. Sind wir bei 3 Sternen. So, gehen wir zum Bestellvorgang. Ich brauche was von Empress. Und auch bei Rubicon habe ich einige Sachen gesehen, die ich ganz interessant fand. Ähm, ich finde es gerade mega interessant, dass es hier schon, ähm, so ein paar neue Sachen gibt, wie den Centurion. Den habe ich hier noch gar nicht gesehen. Finde ich interessant. Äh, brauche ich jetzt überhaupt nicht. So, und zwar, wir haben hier City Walls, fand ich interessant. Äh, Kamenwell Storage Set. Ne, ich brauche ein paar Miniaturen. Und da scrolle ich jetzt mal schnell durch, bis ich die richtige habe. So, ich bin jetzt mal durchgescrollt. Schade, ähm, denn Rubicon hat inzwischen auch viele Miniaturen-Sets. Äh, leider nein. Weil wir haben ja tatsächlich 6 Seiten und das hört dann auch tatsächlich auf. Ähm, ich hätte mich gefreut, dass es noch weitergeht. Aber nein, äh, schade. Das heißt also kein Vollsortiment von Rubicon. Die Miniaturen, die ich gerne gehabt hätte, äh, haben sie leider nicht. Das heißt, wir müssen dann irgendwann mal nochmal bei Rubicon bestellen. So, wir gehen jetzt zu Empress Ministers. Denn deswegen sind wir ja hier. World War II. Wir wollen... Sowjets, nein, wir wollen Great Britain. Und wir wollen kaufen. Und zwar brauche ich eigentlich nur ein einziges Figuren-Set. Und zwar einen Piper. Ja, so, den hatte ich hier nämlich bei Empress gefunden. Ich brauche halt, da ist er schon. Late War British Support Group. 8,50 Euro. Vier Miniaturen. Hier haben wir einen Sniper mit dabei. Wir haben hier einen Piper mit dabei. Ja, wir haben hier... Ja, was ist das noch? Einen 2-inch-Morter. Und einen mit einem Radio. Okay. Ähm, ich brauche eigentlich nur den Piper. Der Scharfschütze ist ganz nice, wenn er mit dabei ist. So, wir wollen das zum Warenkorb hinzufügen. Weiter zur Kasse. Nein, wir gucken nochmal. Äh, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal gucken. Denn ich habe jetzt nur einen einzigen Miniaturblister. Das ist ja fast, äh... Kann man ja fast nicht machen. Wir gehen mal auf Germany. Denn ich glaube, ich hatte hier auch Verwundete gefunden. Finde ich auch stark. U-Boot mit Crew. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Volksgrenadiere haben wir hier drin. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Volksgrenadiere. Genau. Die haben nämlich nur Volksgrenadiere. Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, brauche ich tatsächlich auch für... Das Duell. Allerdings habe ich, glaube ich, die Miniaturen, die ich brauche, die habe ich tatsächlich schon. Nein, okay. Dann hatte ich mich hier tatsächlich wohl... Hatte ich das übersehen? Dann war das wohl ein anderer Hersteller. Weil ich hatte Verwundete gesehen. Aber dann ist es okay. So, wir haben... Gucken noch mal bei den Amis durch. Ja, die Miniaturen sind schon stark. Also, die gefallen mir echt gut. Muss man jetzt mal gucken, wie die jetzt so zusammenpassen mit Warlord Miniatur... Miniatur... Das heißt, wir gehen jetzt direkt in den Bestellvorgang. Wir haben im Einkaufswagen Empress Miniatur... Late War British Support Group. Bestellnummer LB9. 8,50 Euro. Weiter zur Kasse. Ein Rabattcode haben wir nicht. Wir können hier auch mit verschiedenen Sachen bezahlen. Ah, ich habe einen Kosten- und Versand. Nein. So, jetzt gebe ich hier meine Daten ein. So, wir können jetzt Versandart auswählen. Paket Germany. Paket Shop Zustellung. Also, Paket Germany kostet 7 Euro. Ist natürlich jetzt heftig, ne? Für einen Blister, ne? Aber ich brauche nur mal diesen Piper. Der ist halt einfach wichtig. Ähm, gut. So, Zahlungsarten. Ideal, Paypal, Klana, Visa, Mastercard, Brand, Contact, Sofortüberweisung, American Express, Jiro, Pay und Maestro. Wir nehmen Paypal. So, überprüfen Sie Ihre Bestellung. Ja, 15,50 Euro. Jo, wir können jetzt hier noch ein Rabattcode eingeben. Bemerkung, nein. Mit einem Klick auf Kaufen machen wir. Und wir machen auf Kaufen. Bitte wählen Sie eine Zahlungsart. Telefon ist Pflichtfeld. Okay. Telefon haben wir hier. Ja, okay. Habe ich. Select Service Point. Nein, okay. Kaufen. Ja, wir wollen das Kaufen. Bitte wählen Sie eine Zahlungsart. Und ja, das ist jetzt natürlich schade, denn wir haben gar nicht die Möglichkeit, hier eine Zahlungsart auszuwählen. Vor allem habe ich diese ja schon ausgewählt. Hier sind alle Sachen drin. Ja, ja, gut. Paket Germany. Zahlungsarten. Ja, das ist leider nicht da. Überprüfen Sie, mehrwertsteuer vom Empfänger übertragen. Ja, gut. Ich kann jetzt hier nicht bezahlen. Das ist jetzt blöd. Bitte wählen Sie eine Zahlungsart. Ja, kann ich aber nicht. Hm. Okay. Was ist denn, wenn ich hier auf Privat gehe? Privat. Jetzt kann ich wieder Zahlungsarten auswählen. Und jetzt mache ich mal wieder auf Geschäft. Kaufen. Nein, es geht nicht. Okay. Ich kann also nicht als Geschäftskunde hier bestellen, obwohl es mir hier angezeigt wird. Gut, da müssen wir es tatsächlich als Privat kaufen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Paypal. So. Zack. Wir gehen auf Kaufen. Ja, es passiert was. Ja, das war dann doch erfolgreich. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade, ne? Das ist zwar Tabletop Basement, steht jetzt hier trotzdem drin. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Aber um den dritten, um die dritte Kategorie abzuschließen, wir haben den Bestellvorgang. Es wird einfach schön durch den Bestellvorgang geleitet. Man kann sich hier auch anmelden. Ich bin jetzt gespannt, was wir jetzt so für E-Mails bekommen. Und ja, das Einzige war jetzt dieses, man klickt auf Privat, Geschäftlich. Geschäftlich kann man aber nicht kaufen, obwohl jetzt der Name Tabletop Basement trotzdem dort drin steht. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten, da würde ich jetzt mal einen halben Punkt abzugeben, weil das einfach so ein bisschen, ja, konfus war. Von daher würde ich für den Bestellvorgang, funktioniert einwandfrei, 4,5 Sterne geben. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder warten, ihr natürlich nicht, denn das Paket wird jetzt wahrscheinlich gleich schon wieder hier sein. Und da ist der Paket wurde schon da gewesen. Das ging schnell. Ja, kommen wir ja zu den letzten zwei Kategorien. Status und Lieferzeit. Ja, das Paket ist angekommen nach vier Tagen. Ich habe am Montag bestellt. Heute ist Freitag. Und ja, es hat also vier Tage gedauert. Es ist mit DPD gekommen und es war in meinem Briefkasten. Klar, das Päckchen ist so klein, das geht auch im Briefkasten. Es hat also insgesamt vier Tage gedauert. Es kam aus Holland, von daher finde ich vier Tage völlig okay. Was habe ich an Statusberichten bekommen? Ich habe am Bestelltag eine Mail bekommen mit einer Auftragsbeschädigung und ich habe ungefähr eine Stunde später eine weitere Mail vom Tabletopper NL bekommen, dass mein Paket jetzt nun gepackt wird. Das war es dann auch. Mehr habe ich dann nicht mehr bekommen vom Tabletopper NL. Dann ging es an DPD und ich habe dann fast täglich von DPD eine Nachricht bekommen. Und zwar habe ich am Dienstag direkt eine E-Mail bekommen von DPD, dass es quasi abgegeben worden ist. Also sprich, ich habe am Montag bestellt. Am Dienstag ist es auch schon in der Post gewesen. Also kann der Tabletopper NL gar nichts dafür, dass es jetzt ein paar Tage länger gedauert hat. Und dann habe ich quasi am Donnerstag noch eine E-Mail von DPD bekommen, dass mein Paket bald da ist. Und dann habe ich heute Morgen eine E-Mail bekommen, dass es heute in einem Zeitfenster zwischen 8.39 Uhr und 9.39 Uhr zugestellt wird. Ja, ich war um tatsächlich kurz nach halb 10 hier und es war dann tatsächlich im Briefkasten. Also von daher würde ich sagen, Status und Lieferzeit, ich wurde bestens informiert. Ich hatte eine Tracking-Nummer und die Lieferzeit finde ich also auch völlig okay. Klar, es geht immer besser. Von daher würde ich sagen, Status und Lieferzeit 4,5 Stern. Aber jetzt wollen wir natürlich ins Paket reinschauen. Ja, wie ist das Paket? Wir haben hier so eine... Ja, ich habe einen Blister bestellt. Da können wir jetzt auch nichts verlangen. Einen Blister hätte man auch in einem luftgepolsterten Briefumschlag verschicken können. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Von daher, wir haben einen Karton. Von daher bin ich schon mal positiv überrascht. Jetzt ist es einmal hier zugeklebt. Und jetzt gucken wir natürlich, ob auch das drin ist, was ich tatsächlich bestellt habe. So, auch hier nochmal verpackt mit Verpackungsschips. Wir haben hier ein Tütchen und wir haben hier noch unseren Lieferschein. Es handelt sich aber tatsächlich nur um einen Lieferschein, um keine Rechnung, ist aber heutzutage auch nicht mehr üblich. Wir versenden zum Beispiel auch überhaupt keine Rechnung mehr als in Papierform, weil der Kunde, wenn er bestellt, bekommt er automatisch eine Rechnung per E-Mail zugestellt. Wir können uns diesen ganzen Papierkram natürlich sparen. Von daher bin ich da auch gar nicht böse drüber. Wenn jemand wirklich eine Rechnung braucht, er hat sie ja per E-Mail bekommen. So kann man sich die auch natürlich ausdrucken. Also wir haben hier den Lieferschein. Empress Miniatures Late War British Support Group. So, es ist auch wirklich das, was wir bestellt haben. Ich brauche tatsächlich nur aus diesem Vierer-Pack eine einzige Mini. Die anderen kann ich auch gebrauchen. Hier ist so ein Sniper drin. Aber ja, es ist das gekommen, was ich bestellt habe. Ich weiß allerdings nicht, wie Empress normalerweise verkauft. Weil das finde ich ein bisschen, hm, scheppig, ne? Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass zumindestens, also hier ist ja nicht mal eine Artikelnummer drauf. Da frage ich mich, wie sortiert der diese Minis? Der weiß ja gar nicht. Also entweder er hat so ein Sortierkastensystem, wo wirklich alles drin ist. Aber hier ist ja nicht mal irgendein Schild. Ich weiß nicht, wie Empress normalerweise verpackt, aber das ist jetzt so ein bisschen, hm, okay. Könnte ein bisschen hübscher sein, aber muss nicht unbedingt sein, weil wir packen die Miniaturen eher aus, damit sie recht schnell bemalt werden. Also, kommen wir zum Paket. Ja, Standardverpackung ist die wahres Geschütz gewesen. Wir haben keine Dreingaben. Wir haben jetzt nicht mal einen Flyer drin. Da bin ich immer ganz hübsch, wenn ein Flyer vom Händler drin ist. Oder, klar, die obligatorischen Gummibärchen fehlen auch. Aber ansonsten, das erwarte ich nicht als Kunde, sondern das ist ja immer nur ganz nett, wenn es mit dabei ist. Und daher bin ich völlig zufrieden. Klar, auch hier geht natürlich besser, geht immer. Viereinhalb Sterne auch für den Bereich. Ja, und somit kommen wir auch zu meinem Abschlussergebnis. Ich habe ausgerechnet insgesamt 20 Punkte. Das teilen wir durch fünf Kategorien. Das heißt, wir kommen auf eine Vier. Ja, auch hier ist natürlich das geschuldet am Sortiment. Das ist so das einzige Manko, wo ich sehe, auch die Aufmachung und Bedienbarkeit. Die Bedienbarkeit war gut. Oder sehr gut auch. Aber die Aufmachung war so ein bisschen so, es war nicht mein Stil. Das kann man jetzt aber, das ist so, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Das kann man, glaube ich, nicht so richtig bewerten. Beziehungsweise, wir haben ja gesagt, wir machen das aus unserem privaten Eindruck, aus unseren eigenen persönlichen Eindrücken. Da fand ich den Shop jetzt nicht so ansprechend, weil er sehr düster war. Es fehlte mir so ein bisschen was. Und wir hatten natürlich das Sortiment. Für mich persönlich ist dieses Sortiment nur in zweierlei Hinsicht wichtig. Blitzkrieg-Miniagers und Empress-Miniagers. Das sind zwei Firmen. Die kriege ich hier in Deutschland nicht im Vollsortiment. Klar, wir haben das Miniaturikum, was ein bisschen Empress hat und ich glaube auch Blitzkrieg-Miniagers. Aber wir haben nicht so das umfassende Sortiment. Daher kommt der Tabletopper LL für mich in der Hinsicht nur für diese zwei Firmen tatsächlich in Frage. Alles andere bekomme ich hier in Deutschland. Das heißt, ich muss dann nicht unbedingt bestellen. Aber trotzdem eine solide 4. Finde ich völlig okay. Also probiert den Shop gerne mal aus, wenn ihr auf der Suche nach Empress-Miniagers und Blitzkrieg-Miniagers seid. Ansonsten hat er natürlich, ich habe es euch gezeigt, Blatt & Plunder auch ziemlich voll ausgestattet und natürlich auch einige historische Sachen. Bold Action, Flames of War, Team Yankee, Rubicon. Aber auch bei Rubicon haben wir gesehen, nicht alles. Auch da fehlten so zwei, drei Sachen, wo ich gerne was noch mitgenommen hätte. Aber ansonsten könnt ihr diesen Shop gerne mal ausprobieren. Ansonsten, wie immer, dieser Shop hat uns in keinster Weise beeinflusst oder bezahlt, dass wir dieses Video machen. Es kommt aus freien Stücken von uns. Und ja, jetzt sind wir gespannt auf unsere weitere Lieferung. Denn wir haben ja noch ein paar weitere Bestellungen gemacht, auf die wir noch warten. Und daher sage ich jetzt erstmal, danke fürs Zuschauen. Bewertet gerne dieses Video mit einem Däumchen hoch. Ansonsten schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins da habt, weil es kommen noch mehr von diesen Videos. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und tschüss, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.